Also, herzlich willkommen. Was ist in dieser Woche für Sie drin? Wir gucken uns an. Zuerst die Vena cava inferior, dann die Lebervenen und zum Abschluss die Vena porte. Wir werden zwei Live-Demonstrationen hier eingebettet haben für diese Gefäße. Bevor wir in dieses Bauchvenenthema einsteigen, nochmal eine Erinnerung hier an die letzte Kurswoche. Sie sehen projiziert diese Bildebene zur Darstellung der Nierenarterien in Ostien, also ihrer Abgänge aus der Aorta. Zeigen Sie mal bitte bei sich selber, wo würden Sie den Schallkopf hinsetzen, wenn Sie diese Ebene generieren wollen. Sagen wir mal, die Hand wäre Ihr Schallkopf. Und wie würden... Autsch! Hallo! Ja, zeigen Sie mal. Und wie würden Sie den Schallkopf kippen wollen? Ist das wirklich eine Querschnittsebene? Überlegen Sie nochmal eben. Wenn Sie diese Ebene generieren möchten. Das stimmt, wir haben in der Querschnittsebene angefangen, die Nierenarterien in Ostien darzustellen. Aber hier hatten wir ja diese 90-Grad-Problematik. Das heißt, wie wollen Sie den Schallkopf jetzt aufsetzen? Ne, das ist kein hoher Flankenschnitt hier oben. Wir setzen den Schallkopf woanders an. Wo war das nochmal? Am lateralen Rand des rechten Musculus Rectus. Und zwar jetzt nicht in einer Sagittalebene, lateraler Rand rechter Musculus Rectus, sondern eine solche Schrägebene. So setzen wir einen Schallkopf. Und jetzt noch schräg. Bei dir ist das noch eine reine Sagittalebene. Man muss ja auf die Wirbelsäule zuschallen. Entschuldigung, ich meine gekippt. Also nicht schräg, sondern so gekippt, dass die Schallwellen eher zur Wirbelsäule hingeleitet werden. Das ist die Ebene, die dann dazu führt, dass die rechte Nierenarterie, hier im Bild, dass die genau auf den Schallkopf zufließt und die linke Nierenarterie im Regelfall bei 3 bis 4 Uhr im Querschnitt dann genau vom Schallkopf wegfließt. Und dann kriegen wir die validen PSV oder Peak Systolic Velocity Bestimmungen der Nierenarterie. Also rechter Musculus Rectus Rand, lateral und dann noch gekippt, dass die Schallwellen da durchgehen. Wir nähern uns dann einer Koronalebene oder einer Frontalebene hier rein. Okay, gut. Worum geht es diese Woche? Abdominelle Venen. Natürlich ist das Ziel, dass Sie die Vena cava inferior und die Lebervenen sicher einstellen können, um dort deren Flussprofile abzuleiten, diese korrekt zu interpretieren. Wir werden nochmal den VCI Kollaps Test wiederholen aus dem Grundkurs. Kann nochmal jemand reinwerfen, wofür dieses Phänomen oder dieser Test nützlich sein könnte? Genau, um eine Rechtsherzinsuffizienz abzuklären. Natürlich gibt es dafür auch andere Zeichen, Beinödeme, EKG und andere Dinge. Aber das ist eine der Möglichkeiten zu schauen, ob sich das Blut vorm rechten Vorhof oder rechten Herzen staut. Es wird bei der Ableitung der Vena Porte um die Fragestellung Portale Hypertension gehen, diese auszuschließen. Und dabei ist das manchmal wirklich nicht ganz leicht. Wenn man hier im schrägen Oberbauchschnitt, das wäre ja die Ebene für die Vena Porte Darstellung, das machen möchte, dann haben wir dabei folgendes Problem, dass wir je nach Atemstellung der Leber entweder hier einen Transversalschnitt haben. Bei tiefer Inspiration geht ja die Leber durch das sich absenkende Zwerchfell auch nach Kaudal. Dann wird dieser Verlauf horizontaler oder in Expiration ist er etwas steiler gestellt. Das Problem ist aber, dass hier am Leberhilus jede Menge lufthaltige Darmschlingen, rechte Kolonflexur zum Beispiel sind, Dünndarmschlingen oder ähnliches, oder Duodenum, die den Blick hier drauf versperren können. Und deswegen werden wir Ihnen dazu zwei Alternativen zeigen. Fangen wir mal mit der Vena Cava Inferior an. Dafür setzen wir den Schalkopf Sagittal Rechtsparamedian im Epigastrium auf. und bekommen dann dieses Bild hier, bei dem von rechts im Bild, also Kaudal, Die Vena Cava Inferior heranfließt, hier wäre Pankreas Parenchym in der Skizze des Feld Nummer 33. Die Vena Cava Inferior fließt über die rechte Nierenarterie hinweg, Das wäre diese Impression hier, 24a, von Dorsal, also von unten im Bild, und trainiert dann letztendlich nach Aufnahme des Einstroms aus den Lebervenen, hier aus dem linken Leberlappen, in den rechten Vorhof an der Stelle hier hinein, ganz am linken Bildrand. Fließt dabei am Lobus caudatus noch vorbei und am linken Fortader Hauptast, der begleitet wird. Wissen Sie noch, was diese beiden Strukturen hier waren? Dieser kleine Gang hier und dieser echoarme dunkle Knubbel. Genau, ein Gallengang wäre der kleine hier, der langgestreckte und dieses da, ein Ast der Arteria Hepatica. Glissantische Trias laufen ja immer Vena Porte Ast, Arterienast und Gallengangsast zusammen. Okay, das ist also die Ebene, die wir uns angucken. Dass hier der Fluss eine Lysing-Phänomen zeigt, liegt daran, dass der Fluss in der Nierenarterie, der rechten Seite, ja viel schneller ist, als in der Vene. Denn hier haben wir langsamere Strömungen als in der Arterie natürlich. Wenn wir die Vena Cava so schräg einstellen, fließt hier das Blut vom Schallkopf weg. Vom Schallkopf weg ist normalerweise blau kodiert. Hier am linken Bildrand sieht man das. Und auch der Fluss in den Lebervenen läuft ja aus der Leberperipherie kommend hier auf die Vena Cava Inferior zu. Auch vom Schallkopf weg und deswegen ebenfalls blau kodiert. Jetzt über den Herzzyklus. Beim gesunden Herzen ändert sich der Fluss physiologischerweise sowohl in der Vena Cava Inferior, in den herznahen Abschnitten, als auch in den zuströmenden Lebervenenabschnitten. Und die erste Strömung ist hier unterhalb der Nulllinie, das wäre also im Farbbild blau kodiert, eine Strömung, die aus der Leber Richtung Vena Cava Inferior fließt, in das Herz hinein. Also Cardiopetal. Wer sich das mit Cardiofugal und Cardiopetal nicht merken kann, denken Sie einfach an Zentrifugalkraft. Wenn ich eine Tüte mit irgendeinem Inhalt schüttele, dann kann ich sie so kreisen, ohne dass etwas herausfällt. Zentrifugalkraft drückt nach außen. Also vom Zentrum weg in die Peripherie heißt Fugal und zum Zentrum hin heißt Petal. Also das wäre ein Cardiopetaler Fluss, der hervorgerufen wird durch die Ventilebenenverlagerung in der Ventrikelsystole. Dadurch, dass sich die Ventile in der Herzebene durch die Kontraktion der Ventrikelmuskulatur so zusammenziehen, wird der Raum des Vorhofes auseinandergezogen. Es entsteht ein Sog und dieser Sog saugt aus den herznahen Abschnitten der Cava Inferior und aus den Lebervenen das Blut in das Herz hinein. Das ist also ein aktiver Prozess, der durch die Verkürzung des Ventrikelmyokards unterstützt wird. Ventilebenenmechanismus. Cardiopetaler Fluss ist die erste Phase. Dann wird ja der Vorhof irgendwann voll sein und nicht mehr Blut aufnehmen können. Und dann können zwei Dinge passieren. Entweder dieser kardiogerichtete Fluss verlangsamt sich und wird langsamer wegen der zunehmenden Vorhoffüllung. Oder es kommt sogar zu einer echten Rückflusskomponente. Ja, dass es wieder etwas kurzzeitig zurückströmt. Das wäre diese zweite Phase. Die kann also entweder so aussehen wie ein W. Das heißt, dass es diesen Teil auf der anderen Seite der Nulllinie nicht gibt. Oder es gibt eine echte Rückstromkomponente. Beides wäre physiologisch. Die Abnahme wäre physiologisch oder ein echter Rückstrom in der Phase. Dann erst gehen jetzt die AV-Klappen auf. Das heißt, dann kann es wieder nachströmen in der nächsten Phase, kardiopetal. Weil der Platz im Vorhof frei wird. Dann fließt es natürlich auch in der Vena cava inferior und den Lebervenen hinterher. Also durch die Öffnung der AV-Klappen kommt es zu diesem zweiten Einstromgipfel. Und haben Sie eine Idee, woran es liegen könnte, dass es diese echte Rückstromkomponente fast immer gibt? Was dann kommt? Kontraktionen der Vorhöfe. Das heißt, die Vorhöfe wollen ja auch noch das Blut ein bisschen durch die Trikuspidalklappe in den rechten Ventrikel hineinpumpen. Das ist zwar kein sehr starker Effekt, aber immerhin. Und das bewirkt auch einen Rückstrom in die falsche Richtung, weil wir ja an der Einbindungsstelle der beiden Hohlvenen keine Klappen haben, die das verhindern. Das heißt, wenn der Vorhof sich kontrahiert, pumpt er sowohl Blut in den rechten Ventrikel als auch ein bisschen rückwärts. Und deswegen sehen wir diese rückwärts gerichtete Strömung fast immer durch die Vorhofkontraktion. Das sind die vier Phasen, die es gibt. Und die sehen wir sowohl in der VCI als auch in den Lebervenen. Wenn wir dann die Lebervenen einstellen, dann wäre das hier, die hier gezeigte Ebene, ein Schrägschnitt rechts subkostal direkt unterhalb des Rippenbogens. Erkennen Sie in diesem Foto hier einen Fehler in der Handhaltung des Schallkopfes? In Erinnerung an den Sono-Grundkurs? Lauter? Ein Fehler wäre, dass man hier zu weit kaudal runterrutscht, unwillkürlich. Der passiert besonders dann, wenn man die Hand hier nicht, also wenn die so frei schwebt, wie hier gezeigt. Das ist einer der Fehler. Und was ist hier mit dem Beschallungswinkel? Steil versus flach? Ganz genau. Das heißt, die Mittelhand hier ist jetzt im Prinzip so im Weg zwischen diesem Körper des Schallkopfes und der Bauchhaut, dass man gar nicht richtig hier flach anloten kann. Das heißt, wenn man die Faust da drunter hat, dann ist dieser Weg hier versperrt. Man kann nicht flach anloten. Deswegen zieht man die Hand ein bisschen zurück. Das zeigen wir Ihnen gleich bei der Live-Demo. Also das hier möchte man in diese Richtung noch flacher anloten können, um dann auf diesen Lebervenenstern zu kommen, der jetzt hier projiziert wird. Da befindet sich rechts unten im Bild die 16, die Vena Cava Inferior. Und die Flussrichtung ist jetzt hier von der Außenzone oder Peripheriezone der Leber auf diese Vena Cava Inferior zu. Das heißt, welche Hauptströmungskomponente würden Sie dann wie farbcodiert hier erwarten in den Lebervenen? In dieser Ventilebenen-Verlagerungsphase würde es hier blau auf die Vena Cava Inferior zufließen. Da unten dagegen, hier aus der Lebervene, wäre es durchaus rot. Denn das wäre ja ein Fluss von der Peripherie auf den Schallkopf zu. Hier kann also auch eine Lebervene durchaus mal rot codiert sein. Wenn es darum geht, abzuschätzen, ob es einen Rückstau vom rechten Vorhof im Sinne einer Rechtsherzinsuffizienz gibt, dann schauen wir uns hier an, wie weit sind diese Lebervenen. Aber wir tun das nicht nahe an der Vena Cava Inferior, an dieser Stelle oder an dieser Stelle, weil die Art und Weise, wie die einzelnen Lebervenen hier kurz vor der VCI ineinander münden, sehr variabel ist. Da haben sich keine Normwerte etablieren können. Da gibt es mal in einigen älteren Publikationen hier so einen Zentimeter als Grenzwertanhalt. Zuverlässiger ist es, man misst eher in der Peripherie distal des zweiten Zusammenflusses vor der Vena Cava Inferior. Das wäre also jetzt hier zum Beispiel an dieser Stelle oder an dieser Stelle. Und darauf beziehen sich dann die Normwerte, die Sie im Buch finden. Haben Sie die noch im Kopf, zufällig? 6 bis Grauzone maximal 7 Millimeter, alles über 7 Millimeter wäre verdächtig auf das Vorliegen einer Rechtsherzinsuffizienz. Okay, so sieht das dann aus. Und dann haben wir hier in der Farbe tatsächlich manche dieser Lebervenen, die eher auf den Schallkopf zufließen. Hier nahezu 90 Grad Problematik, deswegen wenig oder dunkel Farb kodiert. Hier ist es ein bisschen deutlicher, der Fluss auf den Schallkopf zu. Also auch das sind hier Lebervenen, die dann letztendlich hier in die Vena Cava Inferior hineinfließen. Je heller, desto schneller. Was würden Sie hier zur Farbbildoptimierung noch vorschlagen wollen? Finden Sie das alles gut eingestellt? Einmal die PRF erhöhen, damit es hier nicht zu diesem Alising-Phänomen über die hellen Anteile kommt. Sehr gut. Noch was anderes? Genau, einen Farbgain zu reduzieren, weil hier dieser Blooming-Artefakt die Gefäßränder völlig überstrahlt. Also Trombenbildungen könnten wir da nicht erkennen. Okay, super. Das machen wir jetzt mal live vor. So, da haben wir hier jetzt den Schallkopf-Rechtsparamedian im Epigastrium aufgesetzt. Überprüfen gleich die Schallkopforientierung. Das können wir ja mal mit Bild zusammen machen. Und sehen dann am linken Bildrand wie immer den Abkopplungsschallschatten. Dann sind wir richtig. Und haben hier im Zentrum des Bildes, echoarm oder nahezu echofrei, dunkel, die Vena Cava Inferior mit ihrem Doppelschlagphänomen abgebildet. Und können jetzt hier im Prinzip das Bild schon ein bisschen mal vergrößern. So, Farbe dazu nehmen. Was würden Sie sagen, was sich ändern soll? Genau, PRF erhöhen. Und dann sehen wir, dass es über die dunklen Anteile des Farbspektrums tatsächlich eine Rückflusskomponente gibt. Also hier könnten wir dann auch den Flowgain etwas reduzieren. So, jetzt sind wir da schon besser. Wenn wir dann da ein Messfenster positionieren und in seiner Größe angleichen. So mal kurz nicht atmen, bitte. Und hier ein Spektrum ableiten. Wunderbar. Dann ist das nicht so deutlich wie eben. Aber wir sehen dennoch hier diese zweifache Vorwärtsflussbewegung. Das wäre also, sagen Sie es nochmal rein, damit es sich für Sie einprägt, Kardiopetalerfluss. Kardiopetalerfluss wäre unterhalb der Nulllinie. Und das wäre hier die Phase, wo jetzt der Pfei sich bewegt, des Kardiofugalenflusses. Weshalb nochmal? Das wäre hier zwischen, da es schon so gefüllt ist, nimmt hier der Einstrom ab, nimmt dann wieder zu, wenn sich die AV-Klappen öffnen. Und diese Phase wäre dann Vorhofkontraktion. Das wäre die kardiofugale Phase, Rückstromkomponente zum Zeitpunkt der Vorhofkontraktion. Okay, wenn wir uns das jetzt mal angucken, mit der Darstellung kannst du mal tief einatmen, bitte. Kurz und die Luft anhalten, genau. Ich vergrößere das Bild jetzt mal, um eine Lebervene schöner reinzukriegen. Dann überlegen Sie mal, was bedeutet das für den Winkel hier? Weiter atmen. Wenn wir jetzt die Lebervene nehmen und nicht die Vena Kava, dann fließt es hier ja genau vom Schallkopf weg oder genau auf den Schallkopf zu. Das heißt, das, was wir jetzt messen, wird eine deutlich höhere Genauigkeit haben, als das, was wir eben in der Kava gemessen haben, aufgrund der Winkelproblematik. Okay, ich versuche jetzt mal, wenn du mal ein bisschen mitteltief einatmen könntest, bitte. Und die Luft kurz anhältst. Versuche ich mal, diese Lebervene hier vernünftig reinzukriegen. Da ein Messfenster reinzulegen. Und in der Lebervene das hier abzuleiten. Wunderbar, vielen Dank. Und dann sehen wir, dass das durchaus schwankt. Aber das, was wir erwartet haben, nämlich hier genau, hier im Standbild Einstromkomponente wird langsamer, nochmal eine Einstromkomponente und dann der kardiofugale Rückwärtsstrom bei der Vorrufkontraktion, hatte hier dazwischen nur eine geringe Rückflusskomponente. Ich hatte Ihnen eben gesagt, beides wäre physiologisch. Dass es nur langsamer wird oder dass es bei zunehmender Vorruffüllung, hier wäre jetzt wieder kardiopetaler Einstrom bei Ventilebenenverlagerungen in der Systole, der Vorruf wird voll, es kommt zu einer leichten Rückstromkomponente, dann öffnen sich die AV-Klappen, es kann wieder nachströmen und am Ende der Diastole kontrahiert der Vorruf und deswegen kommt es zur Rückflusskomponente. Das ist also hier dieses W-Profil, was typisch ist für diesen Rückstrom. Wenn wir dann noch in der Vena-Kava uns das anschauen, wie das aussieht mit der Vena-Kava-Weite bei forcierter Inspiration, dann teilen wir den Bildschirm und in Ruhe-Position, Atemmittellage frieren wir das Bild ein, gehen dann auf das andere Bild und machen dann der Patientin vor, was sie gleich tun soll, um einen stark negativen Unterdruck im Interpleural-Spalt zu erzeugen. Ich mache es jetzt nur einmal vor, bitte noch nicht nachmachen. Bitte hole mal bei geschlossenem Mund durch die Nase Tiefluft durch eine starke, aber langgezogene Inspiration. Das könnte zum Beispiel so aussehen. In dieser Abfolge, ich nehme jetzt die Hand auf den Freeze-Knopf, damit ich sehen kann, ob die Vena-Kava wunschgemäß kollabiert, ja oder nein. Dann könntest du es jetzt bitte mal machen. Wunderbar, vielen Dank. Weiteratmen. Dann sieht man, dass es relativ schnell aus dieser Ruheposition, wenn ich hier durch die Zeitachse die Bilder zurückwandere, hier an der Stelle zum vollständigen Kava-Kollaps gekommen ist. Den hätte man nicht zu erwarten, wenn ein Rückstau vor dem rechten Vorhof vorhanden wäre. Erstmal noch die Darstellung der Lebervenenweite und deren Messung im subkostalen Schrägschnitt auf der rechten Seite. Also wirklich oben im epigastrischen Winkel zu messen und nicht die Hand hier im Weg zu haben, sondern ein bisschen mit dem Mittelhandteller auszuweichen, sodass Zeigefinger und Mittelfinger hier zusammen diesen Anpressdruck nach Dorsal erzielen können, um ganz flach hinter dem Rippenbogen entlang nach Kranial schallen zu können. Das geht besser, wenn die Hand so ausweicht, dass sie hier nicht so im Weg ist. Also Mittelhand zurücknehmen, dann kann man hier sehr schön flach anloten. Dann müssten wir den Schallkopforientierung überprüfen wie in einem Querschnitt, indem wir die uns zugewandte rechte Seite des Schallkopfes abkoppeln und wollen dann üblicherweise wieder am linken Bildrand des Bildes diese Abkopplung sehen. Dann sind wir richtig. Wenn du mal ein bisschen einatmen könntest für uns, kommen wir schon direkt zu diesem Lebervenenstern. Hier ist die mittlere Hauptvene mit einzelnen Zuflüssen hier. Da kommt eine. Das Ganze drainiert dann hier in die Vena cava inferior hinein. So. Wenn wir noch den Schallkopf noch ein bisschen drehen, dann können wir auch hier aus dem rechten Anteil der Leber hier noch eine Lebervene finden, die hier in die Vena cava inferior hinein drainiert. Weiter atmen. Nochmal ein bisschen einatmen bitte. Und die Messung der Lebervenenweite wollten wir dann ja distal des vorletzten Zusammenflusses machen. Weiter atmen. Das könnte jetzt zum Beispiel hier geschehen, ohne die Wand mitzumessen, im rechten Winkel zur Längsachse wären hier 4 mm und der Grenzwert waren ja 6. Also das wäre diese Abschätzung. Wenn wir das nochmal mit Farbe uns angucken, nochmal ein bisschen einatmen bitte. Bisschen breiter. Dann sehen wir auch hier die Farbgebung in den Lebervenen. Oh ja, weiter atmen. Können Sie sich erklären, warum hier nur diese Lebervene farbcodiert ist und die hier nicht? Wegen der 90 Grad Problematik. Genau, wunderbar. Erst nochmal ein paar pathologische Fallbeispiele, was dabei passieren kann. In diesem Bild sieht man eine echoarme Raumforderung am Hilus nahe innerhalb des Leberparenchyms. Und das wäre hier das Flusssignal in der Vena Cava Inferior. Was haben Sie für einen Eindruck zur Größe des Gefäßes der VCI und zur Flussgeschwindigkeit? Ist die Größe normal, wie Sie es sonst auch erwarten? Ist kleiner, ne? Das heißt, es sieht so aus, als würde diese Echoarme, es ist hier eine Metastase oder ein Metastasenkonglomerat, als würde das die Vena Cava Inferior komprimieren von außen. Deswegen ist das Lumen hier kleiner. Normalerweise hätte man ungefähr diese Größe hier erwartet, die ich gerade umfahre. Und dadurch, dass es kleiner ist, erklärt sich auch die Farbe, was würden Sie sagen? Schnellerer Fluss, ne? Also auch eine Vene kann durch eine Kompression von außen in ihrem Lumen mal schnelleren Fluss haben. In dem Bild sieht man einen Kollateralkreislauf, der darauf hindeutet, dass das hier nicht ausreicht. Das heißt, dass es einen Stau in der Vena Cava Inferior gibt. Und sehen Sie den Kollateralkreislauf? Da haben schon zwei genickt. Prävertebral, an welche Vena haben Sie gedacht? Okay, die war gemeint. Jetzt suchen wir noch den Namen dazu. Kein Problem. Ja, Vena-Arzigos-System. Also dieses prävertebrale Arzigos-Hemi-Arzigos-System kann ja auch Blut von unten zur Vena Cava Superior dann leiten, um das als Umgehungskreislauf zu nutzen. Okay, also das wäre so eine tumorbedingte Obstruktion. Hier durch Lebermetastasen und der kompensatorische Kollateralfluss. Sehr gut erkannt. Hier haben wir einen anderen intrahepatischen Prozess. Merken Sie sich vielleicht nochmal einen Punkt, dass in diesem subkostalen Schrägschnitt, oder den Schnitt, den wir eben gemacht haben, normalerweise die Lebervenen so V-förmig zusammenlaufen. Also lang gestreckt und gerade und eine Verbiegung, eine Beule, man spricht auch von Pellottierung, durch eine Pellotte zur Seite gedrückt, dass es dann so krumm wird. Das wäre pathologisch und genau das sieht man hier. Hier sieht man keinen lang gestreckt, geraden Verlauf dieser Lebervene, Lebervene, sondern man sieht, dass sie hier konvex bogig nach Kranial verdrängt wird von dieser echoreichen Läsion im Leberparenchym. Erkennen Sie den noch? Können Sie den noch zuordnen? Also von sonomorphologischen Kriterien her aus dem Grundkurs, was das sein könnte? Homogen, echoreich, scharf abgrenzbar, wäre typisch für ein Hemangiom. Ist jetzt nicht beweisend, aber wäre typisch dafür. Also dieses Hemangiom hat hier zu einer Verlagerung dieser normalerweise gerade gestreckten Lebervene geführt und deswegen kommt es hier auch zu dieser Flussbeschleunigung.